Musik Guten Abend liebe Zuschauer und herzlich willkommen bei time2do.ch Heute wird es bei uns in der Sendung richtig wissenschaftlich. Sie denken jetzt wahrscheinlich, wir haben irgendeinen Quantenphysiker da. Nein, viel interessanter. Es gibt seit Jahren die Diskussionen, ob alle diese Thematiken, Schutzamulette, Schutz gegen elektromagnetische Strahlung, Handypatches, die man aufklebt, ob das Ganze wirkt oder nur Geschäftemacherei ist. Vieles haben wir bereits bei time2do vorgestellt und immer wieder muss ich mir irgendwelche Angriffe gefallen lassen, die dann erzählen, das ist doch alles nur Geldmacherei, das ist wissenschaftlich nicht erwiesen. Die Frage ist erstmal, welche Wissenschaft überhaupt Wissenschaft und welche im Prinzip eine Bezahltwissenschaft ist, die über Konzerne finanziert werden, um dann Ergebnisse zu erzielen, die so schön in den Konzernplan passen, dass man die Produkte besser verkaufen kann. In diese Richtung wollen wir nicht gehen, das tun andere häufig genug. Wenn wir Dinge uns anschauen, dann mit Systemen, wo die Menschen eindeutig nachweisen können, was da sich bewegt und was sich da verändert. Heute in unserer Sendung geht es um die Produkte, die Sie kennen. Eines trage ich hier am Arm, die Produkte von Swiss Harmony. Dafür bei mir im Studio Richard Neubersch, der Inhaber von Swiss Harmony und an seiner Seite Olaf Baumung, der Mann, der die Tests durchgeführt hat und uns gleich erklären wird, wie das alles zustande kam, was da dahinter steht, wo die Grundlage der Tests ist, wie die Auswertungen sind. Es wird sehr wissenschaftlich, aber so, dass es die Zuschauer verstehen können. Und liebe Zuschauer, heute erfahren Sie zum ersten Mal, wie die Dinge gemacht werden und wie sie wirklich für uns wirken. Und aus diesen Ergebnissen können Sie dann handeln und sich und Ihre Familie besser schützen gegen diese Einwirkung dieser uns sehr verwirrenden Strahlen. Jetzt fange ich erst mal an. Wie seid ihr überhaupt zusammengekommen, Richard? Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Ja, ich habe Olaf Baumung vor zwei Monaten etwa... 12. April. 12. April. Am 12. April in Zürich bei einem Vortrag besucht. Und ja, ich fand seinen Vortrag sehr spannend und habe mich anschließend bei ihm gemeldet und ihn gebeten, ob es nicht eine Möglichkeit gäbe, dass wir uns näher kennenlernen und vielleicht auch zusammenarbeiten oder zumindest unser Wissen austauschen. Ja, genau. Dann ist das passiert, ihr habt euch irgendwann getroffen. Ich habe ihn angerufen, weil ich habe seine Karte gehabt. In der Karte habe ich gesehen, Swiss Harmony, CH, Seite aufgemacht, geguckt. Ich habe Produkte gesehen, schöne Produkte gesehen, habe mir die Produkte zur Ansicht bestellt, kamen sofort, habe sie getestet, waren gut, seither haben wir miteinander zu tun. Das klingt schon mal ganz toll. Was war denn der Grund, Richard? Was wolltest du wissen? Es ging ja immer, diese Diskussion haben wir ja auch schon gehabt aus Zuschauerreaktionen auf die Sendungen, dass es dann einen Haufen Ungläubige gibt, wobei ich immer sagen muss, liebe Zuschauer, ich verstehe das, denn es gibt natürlich auch Hokuspokus-Geschichten auf dem Markt und ich sage mal, irgendein wildes Plättchen machen, das Ausstanz in der Klebefolie drunter und draufschreiben harmonisiert dies und jenes. Kann jeder. Und es gibt ja keine wissenschaftlichen oder gesetzlichen Grundlagen, die sagen, wenn du so ein Produkt auf den Markt bringst, dann musst du mit dem und dem und dem Verfahren nachweisen, dass es überhaupt wirkt. Also, wo kommt es wieder drauf an? Gehen Sie in Ihren Bauch, gehen Sie in Ihr Herz und entscheiden Sie da. Wenn Sie etwas hören, dann treffen Sie die richtige Entscheidung. Kommen wir zurück zu unserem Thema. Das hatten wir ja alle oder alle, die sich in dem Bereich bewegen. Und dann war, glaube ich, dein Ansinnen, dass du gesagt hast, ich suche endlich jemand, der mal mit einem anerkannten Verfahren einen Nachweis führen kann. Aber erklär besser auch selbst. Ja, also ich habe mich ja immer dagegen gewehrt, bis heute, Beweise zu bringen. Weil ich bin der Meinung, die besten Beweise sind immer nur die, die ich mir selbst geben kann. Auch als Verbraucher. Wenn ich etwas bestelle und es tut mir gut und es hilft mir, dann bin ich zufrieden. Empfehle ich es auch weiter. Empfehle ich es weiter. Und wir sind ja nicht die Firma, die jetzt in den Markt geht und den Markt erobern will. Es geht uns ja nicht darum, jedes Jahr mehr Umsätze und mehr Profit zu machen. Ich meine, letztlich sind wir natürlich auch ein Unternehmen, aber das ist nicht unsere Zielsetzung. Unsere Zielsetzung ist, wir wollen Lösungen anbieten. Und die Lösungen bieten wir an. Und dann gibt es eben ganz viele Zweifler, die sagen, ja, habt ihr Beweise? Und weil ich immer wieder nach Beweisen gefragt werde und es irgendwo auch leid bin, mich immer wieder abzugrenzen da, habe ich mich natürlich auch mit diesem Gedanken mehr und mehr beschäftigt. Und mir war gar nicht klar, als ich ihn erlebt habe bei dem Vortrag, dass er so etwas liefern könnte. Das wusste ich nicht. Ich wusste, da ist ein Bioplasmatiker, der spricht über Frequenzphänomene, hat ein Forschungsinstitut, habe ihn anschließend angesprochen und ich habe dann erst später, nämlich als er die Ware bei mir bestellt hat, hat er mir erzählt, dass er so etwas auch testet. Das fand ich so spannend. Okay. Mir ging es einfach nur um den Austausch in dieser Materie. Das ist ja das Ding. Unsere Wissenschaftler befassen sich nur mit messbaren Dingen, mit sogenannten messbaren Dingen. Und alles, was nicht messbar ist, existiert ja in der Welt der Wissenschaft überhaupt nicht. Leider, leider. Und wir wissen aber sehr wohl, dass es existiert. Wir arbeiten ja mit einem Wissen, das wir nicht wirklich 100 Prozent überschauen. und wirklich, wie soll man sagen, logisch nachvollziehbar auch weitergeben können. Und da suche ich immer wieder, auch für mich nach Antworten, nach Erklärungsmodellen, ich suche für mich da nach einem größeren Verständnis, nach einem ganzheitlicheren Verständnis. Und das ist der Grund, warum ich eben bestrebt bin, mit Menschen wie Olaf Baumung oder auch Dieter Bröers oder so zusammenzuarbeiten. Und das war auch der richtige Weg und das sage ich ja auch immer in meinen Sendungen. Es müssen sich diese Menschen der neuen Zeit, die sich mit Dingen beschäftigen und wir kennen die Aussage von einem Dr. Manfred Döp, der sagt, die Zukunft heißt Schwingung und Frequenz und jeder, der sich da nicht anfängt damit zu beschäftigen, bleibt irgendwann auf der Strecke. Und dem kann ich 100 Prozent zustimmen. Jetzt wischen wir gerade mal zum Olaf. Bevor wir ins Detail gehen, woher kommst du, wie bist du zu dem Wissen gekommen, was machst du? Die Zuschauer haben dich jetzt noch nie gesehen. Und wenn zu mir ein neues Gesicht kommt, dann frage ich den erst mal, wie er überhaupt zu dem ganzen Wissen gekommen ist. Wie war denn so ein bisschen dein Weg? Mein Weg in meinem Leben war gleichzeitig meine Schule. Ich habe keine Universität besucht und hatte sehr gute Lehrer. Keiner von denen war Professor im gesellschaftlichen, anerkannten Bildungsvorschritt anerkannt und gebildet worden, sondern es waren meistens geistig, seelisch gut entwickelte Menschen, die ein höheres Ziel hatten, als nur der Materie zu dienen und der Maschinerie, der Wunscherfüllung zu dienen. Es waren meistens Menschen, die sich mehr Gedanken gemacht haben, um die Hintergründe von irgendwelchen Dingen, von ihrer eigenen Spiritualität, von irgendwelchen esoterischen Zusammenhängen, Gegenständen, Menschen, die nach etwas Höherem gestrebt haben. Der Erste war meine Großmutter. Das ist aber schön. Und die war mal vor vielen Jahren auf der Bremen und ist als Kosmetikerin mit der Bremen in den 20er Jahren nach Indien gefahren, ist in Indien von Bord gegangen, hat irgendwelche Yogis und Fakire getroffen, die haben ihr was vorgezaubert und dann war sie konfirmiert im Hinduismus und dann hat sie mich konfirmiert. Und dann bin ich in ein indisches Kloster, da war ich dann eine Zeit mit Glatze und Zölibat als Mönch. Wow. So, und das war dann schon arg extrem. Und dann bin ich wieder zurück ins andere Extrem, hab dann später geheiratet, bin jetzt lange glücklich verheiratet und hab dann jemanden getroffen, der hatte einen Tensor. So eine Einhandroute und hat damit rumgefummelt und da hab ich gesagt, das ist interessant, gibt's das wissenschaftlich? Und da gab's tatsächlich eine Akademie, Bioplasma Akademie von Dr. Oberbach und von dem hab ich mir diesen einzigen richtigen vergoldeten Biotensor, der geeicht ist, also wo der Ausschlag des Tensors pro Zentimeter tausend Bioangströme misst. Bioangströme sind BOVIS und dann hab ich angefangen mich damit zu beschäftigen. Und dann hab ich angefangen eben so zu im Englisch Muten, aber die Physiker unserer Gesellschaft sagen, Muten ist das gleiche wie Vermuten, also war es noch nicht belastbar wissenschaftlich. Und dann bin ich zufällig an eine Gruppe Menschen gekommen, da gab's einen Bio-Oben-Tester und das hab ich vertieft, bis ich den Aschoff-Test gefunden hatte. Den gibt's als Bluttest, den dürfen nur Ärzte machen und den gibt's als Reiztest und den Aschoff-Reiztest hab ich mir als Apparaten und so weiter besorgt und das mache ich. Das heißt, ich messe an den zehn Punkten der linken Hand, die sind hier an den Fingernagelecken, das sind sozusagen die Endpunkte von Meridianen, die gewisse Organe repräsentieren, messe ich den Hautwiderstand. Und wenn der Mensch okay ist, ist der Hautwiderstand gut, das heißt so um die 40 Kiloohm. Und wenn die Belastung kommt durch Elektrosmog, Erdstrahlen, schlechte Fernsehfilme, was weiß ich, mentale Aufregung, automatisch kann man messen, der Körper will sich schützen, der Mensch will sich schützen, dadurch erhöht sich der elektrische Hautwiderstand und geht von 40 Kiloohm auf 60, 80 bis 150, was weiß ich, richtig hoch in Todesangst und bei schwerster Belastung auch 200 Kiloohm. Also das sind so Schock- und Traumazustände, die sind dann... Ja, wo auch die Psychosomatik den Körper dann so verkrampft, dass er dann so reagiert. Wenn wir ein Handy an den Kopf halten, geschieht etwas Schlimmes, weil der Körper, der Kopf alles merkt, das ist eine Schwingung, die ist mir nicht natürlich gegeben, dafür habe ich keine Evolution durchgemacht, das will ich gar nicht und dann reagiert der Körper schon. Also einem Kind ein Handy zu geben, einem Zehnjährigen, der auch noch eine wesentlich dünnere Schädeldecke hat als ein Erwachsener und dem diese Schwingungen, die elektrischen Wellen in den Kopf zu blasen oder dem das erlauben, dass er das tut, halte ich für nicht nur bedenklich, sondern für fast schon Körperverletzung. Weil das, was da passiert, wissenschaftlich erklärbar ist und es ist eigentlich eine Katastrophe. Und wir sind hier zwischen so vielen Handys, die von überall her über Kilometer durch uns und die Wände und die Häuser und WLAN und was weiß ich, alles durchstrahlen, dass unsere gesamte Gesellschaft konstant unter dem Beschuss von Elektroschmuck ist. Wir haben ja Satelliten, die kommen dazu, wir haben Richtfunk, wir haben... Also alle Frequenzbänder von Hertz bis Gigahertz sind ausgelastet. Ausgelastet und das Dumme ist, dass die sich zum großen Teil in den biologisch relevanten Schwingungsfrequenzen unserer Moleküle, unserer Zellen bewegen. Das bedeutet, wir kriegen schädliche biologisch relevante Informationen und reagieren. Der Körper will sich ja schützen, also will er irgendwas machen. Wenn er dann nichts mehr machen kann, weil er nichts mehr weiß, dann stirbt die betroffene Zelle oder die Zellen. Und die Folge ist davon, bevor eine Zelle stirbt, will sie sich nochmal teilen und dann kommt das eine zum anderen. Zum Schluss haben wir einen Tumor, Krebstumor. Und das habe ich beobachtet. Ich war 2000 in einer Klinik tätig in Irland. Da waren innerhalb von einem halben Jahr 260 Kopftumor-Patienten gekommen, bei denen man teilweise nach dem Tod in der Obduktion sehen konnte, das Handy hat ja nicht nur die Wellen, die es funkt, sondern es hat ja auch ein eigenes elektrisches Feld. Und das hat das Gewebe hier um das Ohr rum, wie das Viereck des Handys war, so aufgeweicht, dass es wie ein Wackelpudding aussah. Wahnsinn. Ich bin jetzt auch ein Viel-Telefonierer, ist in meinem Job einfach nicht anders machbar. Man ist ständig unterwegs. Dann schütze dich. Jetzt haben wir den Punkt, genau, dann schütze dich. Das wird vielen Zuschauern auch so gehen. Wer kann heute noch wirklich auf sein Mobile verzichten? Ich meine, da muss ich dem Olaf 100 Prozent recht geben. Ich sehe das auch immer mit Grausen, dass die ganzen Kids hier, wenn die heute früher an der Bushaltestelle, gab es immer Randale. Da haben wir uns immer gerauft oder irgendwas oder die Mädchen geärgert. Sage ich, heute, wenn ich an die Bushaltestellen gehe, da rauft keiner mehr. Da sitzen alle nur noch da und machen so oder so oder so oder tippen drauf rum. Alle sind nur noch da. In einer anderen Sendung haben wir das Problem mit den Augen dargestellt. Ein Augenoptiker und Heilpraktiker, also Augenoptikermeister, sagte mir vor kurzem, wenn die nächste Generation älter wird, haben die ab 30 alle Probleme mit ihrer Makula. Warum? Der Mensch ist als Jäger und Sammler konzipiert. Das heißt, in die Weite schauen, erkennen, wo ist wild, wo ist was, um mich zu ernähren. Innerhalb von 20 Jahren oder 30 Jahren sind wir alle nur noch auf Kurzdistanzgucker. Das heißt, wir sitzen von morgens bis abends vorm Computer. Die Kids haben alle ihre Smartphones und da. Man guckt sogar auf den Smartphones, Fernseher ist ja easy, habe ich überall dabei. Das heißt, die Augendistanz ist nur noch so im Bereich von 30 bis 50 oder 80 Zentimetern. Und das macht uns ein großes Problem. Wenn ich das jetzt höre, was Olaf Baumann gerade noch gesagt hat und diese ganzen Aufweichereien. Und ich kann mich erinnern, bevor ich die Systeme hatte, vom Richard, hatte ich immer, wenn ich telefoniert habe, danach ein heißes Ohr gehabt. Es war richtig heiß, mein Ohr. Und seit ich diese Dinge drauf habe, ist das nicht mehr. Es wird nicht mehr warm, auch manchmal, wenn ich Langspreche führe und mal 30 Minuten telefoniere. Dann mache ich heute schon so, dass ich den Lautsprecher einschalte und das Telefon so halte, dass es nicht die ganze Zeit am Ohr ist. Und im Auto habe ich eh eine Freisprecheinrichtung, da geht es auch. Und noch ein Tipp für Sie, liebe Zuschauer. Wissen Sie, was ich mache, wenn ich abends nach Hause komme am Handy? Ich tue die Rufumleitung aktivieren auf mein Festnetztelefon und schalte das Handy aus. Da ich im gleichen Netz mein Festnetz wie mein Handy habe, dann ist es doch so easy. Und wenn mich einer anruft, dann wird es umgeleitet auf meinen Festnetzanschluss. Der hat ein Kabel. Oder wenn Sie ein drahtloses Gerät haben, dann muss es auch eigentlich so ein Bio-Patch haben, dass Ihnen die Birne verbrennt. Und wenn das Telefon klingelt, dann stehe ich halt auch vor meinem Komfortsessel, bewege mich drei Meter, tut mir eh gut, bewege mich eh zu wenig und nehme dann das Telefon ab und telefoniere dann, wie das früher war, mit einem Telefon mit Kabel dran. Aber eins weiß ich, das hat mir jetzt nicht noch weiter die Birne gegrillt. Und ich will eigentlich auch mit 80 Jahren noch klar bei Verstand sein und nicht diese Konsequenzen haben, die viele Wissenschaftler, auch Mediziner und Alternativmediziner heute als Damoklesschwert hochheben. Nur, es hört natürlich keiner drauf, worum geht es uns, Profit machen und Geld verdienen. Ob dann irgendwann die Gesundheit damit zurückzukaufen ist, das wage ich zu bezweifeln. Geht nicht. Ja, ich höre es auch wieder. Und wie gesagt, liebe Zuschauer, die Aussagen, die Olaf Baumbung hier trifft, sollen Sie nicht in Angst und Schrecken versetzen. Nein, sie sollen auch keine Heil- oder Gesundheitsaussagen sein, wenn wir danach sagen, dass das Sie schützen kann. Jeder Mensch ist ein Individuum und Individuum heißt übersetzt einzigartig und unteilbar. Das heißt, was beim einen funktioniert, muss nicht zwangsweise beim anderen genauso funktionieren. Aber in Wellen und Frequenzen sind wir alle die gleichen. Dir interessiert es nicht, ob du groß oder klein bist, dick oder dünn oder welcher Rasse oder Religion du angehörst. Da ist die Struktur für die Frequenz gleich und die wird ihren Körper so belasten, wie es bei jedem anderen auch ist. Jetzt möchte ich noch mal zu dem Test was wissen. Du hast, wie heißt der Test? Aschoff-Test nach Dr. Aschoff. Okay, dieser Test, ich meine, ich lese ja alles Mögliche und hier ein Test und dort ein Test. Ist der wirklich fundiert, dass dann wieder einer, der sich ein bisschen auskennt, ins Internet geht und sagt, das ist ein Hokus-Pokus, hat sich einer was aus der Nase gezogen? Nein, nein, man kann ein bisschen was darüber finden. Der Aschoff-Test wird normalerweise nur von Ärzten gemacht. Dann ist es ein Bluttest. Das heißt, im Aschoff-Bluttest wird ein getrockneter Tropfen Blut verwendet, um Dinge abzufragen. Da gehört dann noch ein Informationsverstärker dazu, der den ganzen Raum mit den Informationen des Tropfen Blut füllt. Diese Informationen übertragen sich auf den, der misst und der misst sich selber und kann dann an sich messen, wie der, der den Tropfen Blut abgegeben hat, der Patient, was mit dem ist, was dem hilft und so weiter. Das darf ich nicht, das mache ich nicht. Damit habe ich nichts tun. Ich mache den Reiz-Test. Das heißt, ich messe den Hautwiderstand an den Ting-Punkten im normalen Zustand. Dann belaste ich mit Handys, Elektrokabel, die ich ums Bein wickele und so, belaste ich mich oder die Testperson, messe dann nochmal den Hautwiderstand, dann lasse ich die Belastung bei und wende das Produkt an, was ich testen will. Das heißt also, in dem Fall, dieser Armring, den du trägst, mache ich jetzt an deinen Arm, während ich dich weiterhin belaste und dann messe ich noch einmal den Hautwiderstand. Und wenn dieser Armring funktionieren würde, würde der Hautwiderstand runtergehen. Auf ein lebensnormales, heutzutage normales Niveau. Das normale Niveau eines neugeborenen, unbelasteten Babys ist 40 Kilo Ohm. Dieses findet man noch sehr selten. Also das findet man wahrscheinlich bei Einsiedlern, die im Wald leben, rein in der Natur. Wir sind alle belastet. Wir haben dann schon ein bisschen mehr, 50, 60, 55, manche haben auch 70, 80 Kilo Ohm als Normalzustand. Weil wir ständig bombardiert werden mit allem, was überhaupt unterwegs ist. Hör mal jetzt zu diesem Aschhoff-Test. Und da gibt es eine, der ist also richtig belegt und ich habe glaube ich irgendwo gelesen... Also der Aschhoff-Test hat ein Bundespatent. Jetzt ist das. Ja, der ist anerkannt und der ist wissenschaftlich belastbar, der ist reproduzierbar. Okay. Und jetzt kommen wir mal zu dem einzelnen Thema. Das heißt, der Richard kam dann zu dir ins Institut oder beziehungsweise hat dir die... Ich habe es angeschickt. Ich habe es getestet und habe ihm die Ergebnisse gezeigt. Okay. Dann habe ich es eben dokumentiert, die Ergebnisse. Und die waren gut. Die Ergebnisse waren gut. Und dann haben wir uns geeinigt, dass er die will und dass ich die mache für seine anderen Produkte noch. Und jetzt hat er sie und hat mir das als Honorar sozusagen entlohnt. Und beide sind zufrieden. Aber das Größte ist, ich freue mich, dass die Produkte gut sind. Denn ich trage es selber. Das wollte ich sagen. Das war für mich einer der schönsten, überzeugendsten Beweise. Ich würde nie Schmuck tragen. Das ist das Erste. Ich habe nicht mal einen Ehring. Aber das hat eine Funktion. Und diese Funktion ist unglaublich gut. Dass der Mann, der es testet, dann hingeht und sagt, Mensch, das ist so gut und jeder von uns ist belastet. Klar, sonst müsste ich dir ja so einen Mantel überhängen mit Silberfäden oder irgendwas, dass du nicht mehr kommst. Und somit trage ich das. Also, getestet wurde was? Der Ring. Wir blenden jetzt einmal, während wir darüber sprechen, die Testkurven ein. Erkläre bitte, wir haben drei Kurven. Eine rote, eine blaue, eine graue. Welche zeigt was? Ja, also gut. Dann, was haben wir hier? Hier haben wir den Armreif. Den Armreif haben wir hier. Also, den ich, der nennt sich? Bio Armreif 2.0. Bio Armreif 2.0, das ist dieser silberfarbene mit dem schwarzen Streifen. Ja, das besteht aus richtigem Silber und Carbon. Entschuldigung, ich muss sich korrigieren. Tut mir leid, ihr Lieben. Das ist kein Silber. Das ist Chrom. Ah, das wusste ich auch nicht. Also Chrom. Okay, aber Metall. Aber mit dieser Carbon-Einlage, das ist das Wichtige. Das ist das Wichtige daran. Gut. Also, die erste Messung ist die blaue Linie. Und bei der blauen Linie sieht man, dass im natürlichen Zustand der Idealwert von 40 Kilo Ohm an keinem Tinkpunkt zu messen ist. Wie hoch war er da bei der Testperson? Zwischen 60 und 85 Kilo Ohm. Also doch schon recht hoch. Ja, sicher. Wir sind ja alle, wirklich alle ständig bombardiert. Wir können uns auch fast gar nicht nachts mehr erholen. Weil wir, wenn wir im Bett liegen und unser Handy ausmachen und das Stromnetz abschalten, dann ist das WLAN vom Nachbarn. Rechts, oben, unten, neben uns, hinter uns. Es wird überall werden wir heimgesucht. Wenn der Nachbar mit seinem Handy nachts telefoniert, während ich schlafe, durchdringen meinen Körper diese Wellen, weil die gehen ja manchmal bis 20 Kilometer bis zum Sendemast. Und ich habe zwar nicht das Bewusstsein, dass ich das jetzt höre, aber diese Informationen, die elektrischen Wellen, die das Handy auslösen, tragen die Informationen des Gesprächs. Und diese Informationen werden auch ein bisschen in mir abgespeichert. Ja, wir müssen nur jetzt erklären, was die Linien zeigen. So schön, die Zuschauer stellen nicht unser Gespräch, aber sehen uns nicht. Und die müssen jetzt sehen die Linien vor dem Bildschirm. Was bedeuten sie? Dann, also die blaue Linie ist die erste Messung vom Normalzustand. Also Normalzustand heißt, ich trage kein Handy bei mir, ich bin ganz normal begleitet, ich komme zum Messort. Richtig. Dort werde ich dann gemessen. Richtig. Okay. Diese Werte zeigen die Belastung, die normale Belastung. Dann wurde eine richtig starke Belastung hergestellt, indem zwei Handys miteinander kommuniziert haben. Eins rechts, eins links. Die haben sich auch gegenseitig dann angerufen. Die Person hat halt zwei Handys in der Hand. Jemand anders. Die Person selber, die gemessen wird, nicht. Jemand anders hält die an den Kopf. Also so, der steht daneben, dann hält die quasi so hin. Richtig. Und um das Bein habe ich noch ein Kabel gewickelt von einem elektrischen Heizgerät mit 1800 Watt. Und dann habe ich den Strom eingeschaltet, sodass das Gerät lief und das Kabel stand unter Strom. Und die Wicklung hat ein sehr starkes, schädliches Elektromagnet. So, und das wirkt auf den Körper. Und dann sieht man bei der zweiten Messung eine Erhöhung bis zu über 120 Kiloohm. Boah. So, an dem höchsten Punkt. Jeder Punkt repräsentiert ein Organ im Körper und jedes Organ reagiert anders. Und es gibt immer ein paar, drei, vier Organe, die reagieren besonders heftig. Und das sieht man an der Kurve. Die meisten Kurven sind immer fast an der gleichen Stelle sehr hoch. Welche Stelle ist das? Ja. Darfst du das sagen oder wäre das für eine medizinische Aussage? Das wäre eine medizinische Aussage. Dann lassen wir es. Eben. Dann werde ich da einen Mediziner, ich habe den Zugriff auf das Parthesana-Zentrum. Ja, der soll gucken, welcher Dingpunkt was repräsentiert, dann kann er das herleiten. Ich bin kein Mediziner, betone ich. Ich mische mich nicht in die Medizin. Das ist auch gut so. Nehme auch keine Stellung. Okay, jetzt war also der Proband belastet durch die zwei Mobiltelefone und das Kabel, was er um das Bein hatte. Dann hat er den Ring gekriegt bei der dritten Messung. In diesem Zustand. Also das heißt, er steht nach wie vor so da. Voll unter Belastung. Dann kriegt er das Armband an den Armen. Richtig. Richtig. Und dann messe ich. Und nach ein paar Minuten stellt sich der Körper auf das, was da passiert, ein. Und dann messe ich und die graue Kurve, die unterste Kurve, zeigt, dass unter Anwendung dieses Produktes die Messwerte, sogar unter die Messwerte gesunken sind, die ohne Belastung vorher gemessen wurden. Das heißt, wenn ich mich hier ohne Belastung befinde, habe ich erhöhte Messwerte. Wenn ich mich belaste, habe ich noch erhöhtere Messwerte. Wenn ich dann das Produkt anwende, habe ich niedere Messwerte als die Messwerte, wo ich noch nicht einmal belastet war. Und das ist so zwischen 40 und 50. Und das ist heutzutage sehr gut. Also das wäre quasi das, was wir vorher hatten beim frisch geborenen Baby, was auf die Welt kommt. Ja, die haben durchgehend 40 Kilo. Und das andere auch nochmal zu erklären, diese Thematik mit dem unbelasteten Umfeld, das gibt es ja im Prinzip gar nicht mehr, ein unbelastetes Umfeld. Weil überall, wo wir gehen und stehen, entweder der Satellit, der oben über uns schwebt und die GPS-Daten in die ganzen Navis überträgt oder andersrum, der belastet uns. Wir laufen auf der Straße, links steht der Handymasch, da drüben stehen dreien Telefonieren. Diese Strahlen sind da, wie er sagte, das WLAN-Netz vom Nachbarn. Jede Elektroleitung in der Wand, die aktiviert ist, erzeugt ein elektromagnetisches Schwingungsfeld. Jedes Auto, was vorbeifährt. Genau, wir sitzen vor dem Fernsehen, da läuft irgendwo das Radio. Alles, was, wie gesagt, Energie, Strom verbraucht, erzeugt auch ein Schwingungsfeld. Das heißt, der normale Mensch ist schon gar nicht mehr unbelastet. Aber was haben wir jetzt gesehen? Selbst wenn Sie hingehen und sagen, nein, ich nehme kein Handy und ich tue auch keine Elektronik mehr her, können Sie trotzdem mit ausweichen oder meinen Sie, die Handystrahlen gehen um Ihr Haus rum? Die gehen genauso durch wie über alles. Und wenn Sie hochsensitiv sind, dann kann Sie das genauso belasten, auch wenn Sie kein Handy haben und kein schnurlos Telefon und alle Elektrogeräte zu Hause abschaffen. Es wird Ihnen nichts nützen, weil die WLAN-Strahlen vom Nachbar und dessen Decktelefon und vielleicht der CB-Funker, der noch gegenüber wohnt, die prallern durch Ihre Wohnung oder Ihr Haus durch, ob Sie wollen oder nicht. Und jetzt sage ich immer, jetzt überlegen wir uns doch mal, warum der große Rückversicherer Swiss Reh vor zwei Jahren in seiner Geschäftsbedingungen den Zusatz eingefügt hat, dass explizit alle Schäden durch elektromagnetische Strahlung von der Haftung ausgeschlossen sind. Aber immer wird uns erzählt, das macht nichts und das passiert nicht. Wir haben keine wissenschaftlichen Nachweise, dass da irgendwas am Körper passieren kann. Viele Wissenschaftler, die wirklich auf ihre Berufsehre achten, warnen heute immer wieder davor. Wir haben es eben vom Olaf auch gehört. Wenn Sie Kinder haben, achten Sie darauf, reden Sie mit Ihren Kindern. Ich weiß, es ist auch ein gesellschaftliches Problem. Alle haben ein Handy, nur er hat keins, was dann wieder los ist. Aber versuchen Sie, Ihre Kinder zu sensibilisieren. Und wir kommen gleich nach der folgenden Werbung dazu. Es gibt auch Produkte, wo Sie gerade für Ihre Kinder die Gameboys und diese Spielekonsolen und alles das, was Elektronik zeigt und Smartphone und so weiter, auch harmonisieren können. Aber dazu gleich mehr nach der Werbenpause. Inna Karp, die Internationale Akademie für Regulationsmedizin und Bewusstseinsforschung, ist erstmalig zum Auftakt in das Jahr 2017 auch in der Schweiz ertreten. In unserem Analysetag am 28. Januar geben wir Ihnen die einmalige Gelegenheit, unsere aus der bemannten Raumfahrt gewonnenen Erkenntnisse kennenzulernen und selbst auszutesten. Im Seminarhotel am Elgerisee möchten wir demnächst auch Ihnen wertvolle Einblicke in viele unserer Systeme bieten. Nutzen Sie hierfür die Gelegenheit, sich ganzheitlich vor Ort diagnostizieren zu lassen und optional auch eine persönliche Auswertung von Professor Edinger zu erhalten. Maßgeschneidete Behandlungskonzepte machen bei uns da weiter, wo die klassische Schulmedizin an ihre Grenzen stößt. Die Herzfrequenzanalyse ist weltweit eine der wichtigsten Verfahren in der Kardiologie. Ohne die Untersuchung der individuellen Stressbelastung wäre die bemannte Raumfahrt gar nicht erst möglich. Mit Hilfe genauester Messungen schafft der Bioscan in kürzester Zeit eine umfassende Analyse von bis zu 300 Parametern, darunter vor allem Werte zu Aminosäuren, Hormonen, Vitaminen, der toxischen Belastung und vielen weiteren organischen Prozessen. 22 Messwerte am AMSAT-System erlauben präzise Aussagen über Hyper-, Normal- und Hypo-Funktionen eines jeden Organs und ist trotz vieler Ähnlichkeiten mit dem MRT, diesem aber durch seine zusätzliche Organfunktionsmessung überlegen und genießt eine hohe funktionelle Bedeutung in über 60 Ländern. Nutzen Sie die Gelegenheit, unseren exklusiven Analysetag live zu erleben. Infos und Anmeldungen nehmen wir gerne über Telefon entgegen unter 02228 91 34 50 Ina Karp – vom Weltraum in die medizinische Praxis Liebe Zuschauer, in der Werbepause haben wir uns angeregt unterhalten über die ganzen Möglichkeiten und ich bin so begeistert, dass es diese Möglichkeit jetzt gibt, Dinge zu testen und auch alle anderen, die uns jetzt zuhören und in dem Bereich tätig sind. Hier haben Sie jetzt beim Olaf Baumung den Mann gefunden und wir blenden ja auch seine Daten ein. Wenn Sie Dinge haben und Sie denken, dass die für die Menschen gut sind, Er kann mit seinen Messmethoden das machen und hat da auch eine langjährige Erfahrung. Setzen Sie sich gerne mit ihm in Verbindung. Die andere Geschichte, die mir so wichtig ist, wir haben jetzt die Ergebnisse gezeigt des Bio-Armreifs 2.0. Natürlich hat der Olaf auch die anderen Produkte von Richard Neubersch von Swiss Harmony nachgemessen. Das heißt, ich will gerade noch mal darauf gehen, das gibt es jetzt noch nicht so lange, dieses wunderschöne Schmuckstück für Frauen. In diesem Schmuckstück ist ebenfalls dieses Carbon drin und mit der gleichen Information versehen. Das heißt, wer jetzt nicht so ein Armband, wer sagt, das ist so männlich, das gefällt mir nicht so. Und es gibt den Ring, es gibt auch die Möglichkeit, das als wunderschönen Schmuck um den Hals zu tragen. Also alle diese Produkte und die Testergebnisse finden wir auf der Seite unter SwissHarmony.ch oder DE, je nachdem, wo ich wohne. Genau, und dann gibt es einen Bereich, der heißt... Achso, in der Menüleiste ist ein Bereich, der heißt Tests. Genau. Und da gibt es andere Tests auch. Unter anderem ist einer der vorgestellten Tests der Aschofreiz-Test. Und den muss man anklicken, dann hat man all die Produkte. Genau, dann sieht man das Produkt, darunter die Testergebnisse und darunter eine Beschreibung, dass Sie genau nachvollziehen, was wie funktioniert und sich dann das Produkt Ihrer Wahl aussuchen können, um für sich das Thema in den Griff zu kriegen. Und da möchte ich nochmal erwähnen, dass gerade in der letzten Zeit mich mehrere Studenten angesprochen haben, die natürlich in Hörsälen sitzen. Wenn Sie sich so einen Hörsaal heute anschauen, da hat jeder der Studenten sein Smartphone oder sein Pad oder seinen Laptop vor sich. Die sind alle über WLAN-Netze angebunden. Und kennen Sie jemanden noch, der kein Handy hat? Also ich kenne noch eine Person, der ist ein klassischer Handyverweigerer, sagt er. Aber um alle anderen haben Mobiltelefone. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen im Hörsaal und da sitzen 50 oder 100 Leute um sich rum und jeder hat ein Mobiltelefon. Da können Sie sich vorstellen, was in diesem Raum für ein Strahlengewitter geht. Und natürlich, dazu gibt es auch die Lösung. Der Bio-Patch ist sowas. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie sind klug und kombinieren das. Sie machen das auf Ihr Mobilfunkgerät und tragen das am Arm oder den Schmuck um den Hals oder den Ring am Finger. Dann haben Sie einmal, und jetzt lassen wir das gleich den Olaf mal erklären, der Raum reagiert ja anders wie der Mensch. Der Raum hat einen eigenen Energiefluss. Der eigene Energiefluss des Raumes ist zunächst mal durch die geografischen Gegebenheiten. Da sind Wände, da sind Ecken, in den Ecken fließen Ionenströme, die gehen auch die Wände hoch, Plus-Ionen gehen die Wände hoch und so ist eine eigene Energetik in jedem Raum. Die ändert sich, also alle 20, 30, 40 Zentimeter ändert sich das auch in der Polarität. Aber wichtig ist eins, wir haben ja überall Stromkabel. Und die Stromkabel gehen durchs ganze Haus. Es gibt ja viele Steckdosen, die Küchengeräte haben etliche Zuführungen mit richtig viel Strom. Entschuldigung, ihr habt mich hier deutlich ausgedrückt. In der Aula, in einer Uni. Ach so, Entschuldigung. Da sitzen jetzt 100 Studenten. Ja gut, jeder hat sein eigenes Handy. Genau, und wenn jetzt jedes Handy so ein Patch trägt, was für eine Auswirkung hat es aufs Umfeld? Dann wird von jedem Handy ein circa, sagen wir mal, 3 Meter gutes, 3 Meter großes, mit den Informationen gefülltes, gutes Feld ausgestrahlt, was die Strahlung des Handys, sozusagen die Informationen, die dort eingeprägt sind, in dem Patch übernimmt. Und wenn man das so viel mal multipliziert, ist der ganze Raum voll. Und wenn alle so den gleichen Patch haben, haben alle die gleiche Information, die ihr Handy ausstrahlt. Und dann wird aus dem Handy, was normalerweise ein böser Gehirnkocher ist, wird dann ein harmonisiertes Werkzeug, was eine positive Information ausstrahlt, aber immer noch über das eigentlich nicht positive Elektrofeld, was es hat. Dieses Feld wird so uminformiert und so umstrukturiert, dass die Wirkung auf den Menschen, die normalerweise schädlich ist und auf die Dauer richtig ungesund ist, wird gesund. Und wenn ich jetzt noch als kluger Student, neben dem, dass ich das auf meinem Handy habe, so einen Armbereich, Ring oder Anhänger trage, habe ich gleich dann mich auch noch abgesichert gegen... Ja, dann bist du noch abgesichert, wenn das Handy aus ist. Wollte ich gerade sagen, aber die anderen es alle anhaben. Aber die anderen es alle anhaben, ja. Wenn die Handys alle harmonisiert sind, brauchst du den Ring nicht. Genau, aber wir wissen ja... Wenn du auf die Straße gehst und da kommen dir 50 Leute entgegen mit einem nicht harmonisierten Handy, kriegst du das ab. Bist du zu Hause, machen es deine Nachbarn. Genau, oder ich sitze im Hörsaal, zwar sind alle Handys harmonisiert, aber da oben hängen drei WLAN-Sender dran, dann habe ich das gleiche Problem. Die sind dann nicht harmonisiert. Das ist der Punkt. Nur, das Handy hat nicht nur ein kleines Feld, sondern ein relatives großes Feld von mehreren Metern und würde, wenn du in diesem Feld sitzt, nicht eine schädliche Belastung durch das schädliche Feld auf dich zulassen. Das Feld wäre zwar da, es würde einwirken, aber die Wirkung würde nicht die positive Wirkung des Handyfeldes, was harmoniert ist, überdecken. Denn es ist ja so, wir können mit einem harmonisierten Handy ja telefonieren. Und wenn das Handy nicht mehr schädlich wäre, dürfte es eigentlich auch nicht mehr telefonieren, nur dann wäre es unschädlich. Genau, wenn keine Schwingungen und Frequenzen mehr rausgehen. Richtig. Wenn wir jetzt aber ein arbeitendes, funktionierendes Handy möchten, was uns nicht schadet, müssen wir das, was es ausstrahlt, so umgestalten, umtransformieren in eine andere Informationsqualität. Mit innerhalb dieser eigentlich grundsätzlich schädlichen Informationen, die es ja dann auch immer haben wird, wenn es funktioniert. Wir ändern ja nicht die Elektronik. Wir ändern ja auch nicht das, was es ausändert. Die Frequenzen ändern wir auch nicht. Auch nicht, nein. Aber wir ändern die Informationen, die in diesem Feld drin sind, so weit, dass die auf uns so einwirken, dass der schädliche Anteil, der natürlich auch noch da ist, immer bleibt beim funktionierenden Handy, dass der nicht mehr auf uns schädlich wirkt. Das ist das Ganze. Wir überdecken mit einem kräftigen Produkt, überdecken wir ein schädliches Produkt. Wir schalten es nicht aus, sondern wir geben dem Menschen sozusagen etwas mit einem neuen Anstrich. Wenn wir jetzt denken, ein Handy hat ein lila Energiefeld, was schädlich ist, so bleibt das Energiefeld da, aber es ist dann nicht mehr lila, sondern rosa. Und das ist gut für uns. Okay, das kann man so stehen lassen. Jetzt haben wir ja, also nochmal um das zusammenzufassen, die Auswertungen dieses Aschoff-Testes. Aschoff-Test. Dieses Aschoff-Testes finden Sie unter den Testergebnissen auf der Seite von SwissHarmony, für die Zuschauer aus Deutschland, SwissHarmony.de, aus der Schweiz.ch. Dort können Sie das alles nachlesen und sich dann entscheiden. Ich appelliere immer an gerade das Thema Kinder. Sie haben es gehört, wesentlich dünnere Schädeldecke. Wenn die mit viel Elektronik und ich komme zu Freunden im Kinderzimmer, da steht ein Fernseher drin, da steht ein Computer drin, da steht eine Spielekonsole drin. Und wenn das Kind da abends schläft, dann schläft es im Prinzip so, Sie sehen es nur nicht. Und nutzen Sie das, Sie müssen auch hier eine Investition machen, der einen Kleinwagen gleichkommt. Nein, nein, wir sind da in ganz anderen Größenordnungen. Ich sage mal, das kann sich jeder leisten. Und unsere Gesundheit sollte es uns wert sein, wobei keine Gesundheitsaussage. Sie können dem Kind ein Handy nicht wegnehmen, ohne dass es Ihr Feind wird. Aber Sie können das Handy so gestalten, uminformieren, dass das Kind es behalten kann und keinen Schaden davon trägt. Somit ist die Investition, die getätigt wird für die Zukunft in ein Kind und in seine gesunde Umwelt, die es hat, eine Investition, die sich im zehntausigen Renditebereich... Mit Sicherheit. Das Kind soll ja eigentlich, und das wünschen sich ja die Eltern, es soll mal studieren, soll mal einen tollen Beruf lernen. Und wenn das seinen Geist zusammenhalten muss und womöglich bis 20 oder 22 auf der Uni sitzen soll, dann dürfte das hier nicht aufgeweicht sein, weil ich glaube, da funktioniert dann nichts mehr. Das wird aber kommen. Ja, gehen wir mal, ich höre viele so Warnungen, aber sie werden alle nicht publiziert. Vielleicht verpuffen alle und dann sagen wir die anderen, ja, lauter Angstmacherei. Ich sage, entscheiden Sie, liebe Zuschauer, Sie wissen, meine Aufgabe ist, Sie zu informieren, nicht für Sie zu entscheiden. Entscheiden müssen Sie selbst, denn die Konsequenzen müssen Sie auch selbst tragen. Ich will auch noch zum anderen Punkt kommen. Ich weiß ja, durch unsere vorangegangenen Sendungen von Swiss Harmony, dass es neben diesen Dingen, Ring, Armreif, Schmuckstück und so weiter, ist ja eigentlich dein Kernthema mal ursprünglich, ich glaube, ganz am Anfang war das der ganze Schwerpunkt mehr auf der Hausharmonisierung. Und wenn ich mich auch erinnere, da gibt es so ein großes Ding, so ein schweres, das haben wir auch schon im Studio ein paar Mal gezeigt, was dann irgendwie, aber erklär es selber, auf den Strom gesetzt wird. Und was machst du bei der Hausharmonisierung? Die Hausharmonisierung ist ja das Eigentliche. Das war das, was zuerst da war. Und die kleinen Produkte, ich nenne sie die mobilen Produkte, sind nur entstanden, weil plötzlich die Nachfrage da war. Weil man sagte, ja, und was mache ich, wenn ich aus dem Haus gehe? Meine Frau hat damals gesagt, mach mal was für mich. Und so ist dann letztlich die Bodycard entstanden. Aber das eigentlich, und das, was mir auch am meisten am Herzen liegt, ist die Hausharmonisierung. Weil das ist die ganzheitliche Form, mit diesen ganzen Phänomenen umzugehen. Wie Herr Baumung schon sagte, dass dieses elektrische Feld, das man überall im Haus hat, ja, dass das harmonisiert werden kann und dass das sozusagen für einen gesundheitlichen Wohnraum sorgen kann, wenn man das richtig macht, darum geht es mir. Und davon profitiert jeder. Und nicht nur der Einzelne, der so einen Teil trägt, sondern jeder in der Familie profitiert davon. Das ist der große Unterschied. Mein Beispiel für diese, du hast das vorhin so wunderbar beschrieben, mit dem Einfluss dieser schädlichen Wirkung, die immer noch bleibt, trotz der Harmonisierung. Ich sehe das so eher, also ich vergleiche das immer gerne mit einem Chinesen. Stellt euch vor, der Elektrosmog ist wie ein Chinesen, der hier steht mit einem Megafon und, also nichts gegen Chinesen, nicht falsch verstehen, der mit einem Megafon laut irgendwelche Texte runterreißt, auf Chinesisch. Niemand versteht die, aber mit einem Megafon. Wir würden doch schreiend rausrennen, oder? Ah, natürlich. Ja, eben. Das würde uns ja nur belasten und behämmern, ohne dass wir ein Ergebnis davon haben. Was Visamony macht, ist, wir nehmen den Chinesen nicht weg. Wir bringen ihm nur bei, das Ganze in Deutsch zu machen und zu singen. Und plötzlich können wir herbleiben und sagen, oh, das hört sich ja gar nicht so schlecht an. Technisch gesehen kann man das sehr leicht nachvollziehen. Wir haben ganz viele Kabel, wir haben überall in jedem Haus einen Zugang. Das ist so ein richtig fettes, großes Stromkabel mit Kraft. Das wird verzweigt, aufgeteilt, geht durch jede Wand, jede Steckdose, jedes Zimmer, unter das Dach bis in den Keller, an die Ölheizung, an alles. Der Strom, der verbraucht wird durch Apparate wie Föhn, Toaster, Fernseher, alles. Überall gibt es dann nochmal zusätzlich zu dem elektrischen Feld der Kabel ein elektrisches Feld eines Apparates. Also sind wir voll mit Elektromagnetismus. Das sind die 50, 60, 50 Hertz, die wir haben und die 230 Volt. Das kann man sogar hörbar machen, indem man eine Photovoltaikplatte so eicht, dass sie mit einem Lautsprecher zusammengekoppelt wird. Und dann kann man sie an eine Lampe halten, dann fängt die an zu brummen. Und bei 50 Hertz hat man einen 100 Hertz Ton und dann hört man, was für einen bösen Ton schon allein jede Lampe und jeder Stromverbraucher macht. Also heute im Zeitalter von Elektronik und wie gesagt, früher in der Küche, kann ich mich erinnern, hat man eine Kaffeemaschine gehabt. Und, und, ja, das sowieso, aber so auf dem Ding stand eine Kaffeemaschine und ein Waffeleisen. Ne, gab es früher noch nicht, wo ich, wo ich klein war. Aber früher gab es auch keine Kaffeemaschine, als du klein warst. Doch, 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 doch. Die erste Kaffeemaschine hatten wir gehabt Anfang, ich meine 69. Wir haben 69 schon die erste Kaffeemaschine gehabt. Ach, die mit den Filtern. Ja, 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 mit Filtern oder irgendein anderer. Ja, genau. Und da kann ich mich erinnern, wenn ich jetzt heute in Küchen gucke, also das ist sensationell. Natürlich Mikrowelle, jeder meint ja, das wäre so eine tolle Geschichte. Ich sage, oh, gibt es bei mir schon seit 20 Jahren keine Mikrowelle mehr, mache ich das so eine Nummer. Und dann steht da Brotmaschine, Nespresso-Kaffeemaschine, Toaster. Dann steht meistens noch so eine multifunktionale Küchenmaschine, wo du da Teig und alles richten kannst. Dann ein Vakuumiergerät, dass man die Reste dann vakuumieren kann und den Kühlschrank droht. Also mittlerweile hast du eine Batterie von Elektrogeräten alleine in der Küche und ständig sind die in der Benutzung. Und das Thema Mikrowelle, da bin ich auch mit unglaublich vielen Informationen versehen. Ein Koch hat fast sein Augenlicht verloren, weil er nicht gewusst hat, wo es herkommt. Er stand hier und kochte und genau hier war die Mikrowelle. Und immer, wenn es irgendwas zum Erhitzen gab, gerade Wasser braucht heißes Wasser, zack, auf, klack, nein, und er unten weitergekocht. Und irgendwann hat er immer schlechter gesehen. Und schlechter gesehen, und schlechter gesehen. Bis er mal Augenarzt, Augenarzt hat natürlich dann irgendwie, was weiß ich, alle möglichen Augenkrankheiten. Weil keiner geschaut hat, der hat gesagt, Koch, ja Koch, keine Belastung, was soll da, ist halt eine Küche. Und keiner hat nämlich gewusst, dass der direkt vor einer Mikrowelle steht. Ja, das Problem ist, dass die Mikrowellen so klein sind, dass sie durch die Zwischenräume der Moleküle durchtunneln. Wenn man meint, die sind mit metallisoliert, das ist Blödsinn. Die Mikrowellen gehen durch die Wände der Mikrowelle durch, die Isolation ist ungenügend. Und man sagt sogar, die Frontglas-Scheibe wäre sogar des 1000 messbar. Das andere, man kann das alles messen, aber das sind so subtile Messungen, dass die Geräte, wenn sie entwickelt sind, so sündhaft teuer sind und so schwierig zu bekommen sind, dass es, und die Industrie das ja nicht will, die wollen ja ihre Mikrowellen verkaufen, also isst es nicht publik. Aber erstens zerschlägt die Mikrowelle mit ihren Wellen das Essen. Man isst ein Stück Hundekot von der Straße, ist gesunder wie das, was aus der Mikrowelle kommt. Das war mal eine karnische Aussage hier. Aber wir sind im Zeitalter der freien Meinungsäußerung. Und das ist deine Meinung, die darfst du hier auch äußern. Also Mikrowelle ist wirklich nichts. Weil die gibt einem etwas, was einem keine Nahrung gibt, sondern sie verbraucht. Das Essen aus der Mikrowelle verbraucht Energie, gibt einem gar nichts. Keine Nährstoffe mehr, es verbraucht. Damit wir nicht erkranken, müssen wir unsere Energie aufwenden, um das Mikrowellenessen zu verdauen. Also, wie gesagt, da brauchen wir hier gar nicht weiterreden über das Thema. Das ist für uns eh keins. Kommen wir nochmal zurück auf das Thema der Hausharmonisierung. Also auch da, wir hatten ja eben das Beispiel gehabt mit den Studenten, wo dann im Raum zwar das WLAN-Modul hängt, die Handys sind gut geschützt, er hat so ein Ding am Arm. Dann kann er diesem WLAN-Mist widerstehen, weil er trägt zusätzlich das. Und sein Handy ist mit dem Patch versehen, hat auch eine positive Wirkung. Jetzt kommen wir ins Thema zu Hause. Wir haben ja jetzt auch vorhin gehört, ich kann zu Hause auch mit dem Ding rumlaufen. Dann habe ich mich geschützt, auch gegen Dinge, die von draußen kommen. Aber ich will dir jetzt eine Tag und Nacht einen Armreif anhaben. Nachts will ich am liebsten gar nichts anhaben. Und wenn diese Hausharmonisierung gemacht wird, wenn der Richard da sein Teil angebracht hat an diesen Stromzugang, dann hast du vorhin angefangen zu erklären. Wie verhält sich dann das Haus, wie verhalten sich die ganzen Elektrokabel im Haus? Also der Strom kommt ins Haus, nach wie vor, da ändert sich nichts. Das Harmonisierungsteil, der Harmonisierer, Harmonizer. Klimatuner. Klimatuner, wie auch immer. Kommt an oder in die Nähe oder auf das Kabel auf die Wand, auf den Sicherungskasten. Das weiß nur er, ich habe das noch nicht gemacht. Und dadurch fließt der Strom an diesem Harmonizer vorbei, an dem Klimatuner. Und wenn der Strom vorbeifließt, dann hat dieser Klimatuner oder Harmonizer, hat ja ein eigenes Feld von stehenden, statischen stehenden Wellen, die sehr stark eingeprägt sind und durch das Kabel durchreichen. Während die einzelnen Stromteilchen, seien es Elektronen oder sonst irgendwelche Dinge, da vorbeifließen und der Strom in seiner Energie in das Haus wandert, wird er informiert. Das heißt, während er ganz schnell an diesem Teil vorbeifließt, übernimmt er die Informationen, die ihm durch diesen Harmonizer oder Biotuner aufgeprägt werden. Und dadurch verteilt der Stromkreis, der jetzt dadurch informiert ist, auch mit den Frequenzen, die da drin sind, verteilt dieses gesunde Feld in dem ganzen Haus. Und das Tolle ist, wenn Sie unterm Dach gar keine Steckdose haben und Sie halten sich da oben auf und Sie haben den Harmonizer im Keller, wo der Strom reinkommt, schafft das gesamte Feld, Stromfeld im Haus, der ganze Stromkreisung, so ein großes harmonisiertes Feld, dass es noch durch das Dach bis mehrere Meter über das Haus durchreicht. Das heißt, Sie können oben auf den Schornstein klettern und Sie sind dort oben immer noch gut geschützt und gut harmonisiert. Also Endeffekt der Aussage bedeutet, dieses Harmonisierungsteil macht über die gesamten elektrischen Leitungen im Haus und wenn die Geräte laufen, über die Geräte, ebenfalls so ein harmonisches Feld, wie du es vorhin erklärt hast, wenn ich das auf mein Smartphone draufpappe, dass es dann so ein Feld projiziert. Richtig. Und wenn du so einen Ring trägst, macht dieser Ring das mit deinem bioenergetischen Körperfeld. Du hast ja ein Energiefeld, das kann ich ja messen bei mir im Institut. Das heißt, diese Dinge in der Kombination wären eigentlich das Optimum. Ja, sicher das Optimum. Und das Lustige ist, wenn man sich eine normale Familie, einen normalen Hausbesitzer, einen normalen Mieter in einer Wohnung vorstellt, der einen ganz normalen Job hat und ein ganz normales Leben führt, der kann heutzutage, und das ist das, was mich dann letztendlich als nicht reicher Normalverbraucher überzeugt hat, kann es sich leisten, das zu investieren, in seine Gesundheit zu investieren. Darum geht es ja auch, dass die Menschen es bezahlbar haben. Es ist bezahlbar für jeden. Also, so ein Ring da, sind wir im 100, was weiß ich, 150 Franken Bereich. Das ist das auf jeden Fall ganz normal. Aber wenn es dich jetzt die nächsten zehn Jahre gesund hält, dass du nicht an Elektrosmog-Folgen erkrankst, rechne das mal hoch. Wie vorhin gesagt, das gibt eine 10.000%ige Rendite. Das wäre eine verbotene Werbeaussage, weil man natürlich den Leuten jetzt suggeriert, wenn sie das Ding kaufen, bleiben sie gesund. Und das ist natürlich mit Sicherheit nicht so, denn es gibt auch andere Einflüsse auf den Körper. Und wir haben es gar nicht nötig, Gesundheitsaussagen zu machen oder so. Ich sage, jeder vernünftig denkende Mensch, der das heute gehört hat, der weiß, dass es eine Veränderung bringt. Und dann müssen wir noch was sagen. Der Richard Neubersch ist einer der wenigen Unternehmen, die dieses Thema Zurück bei Unzufriedenheit, wie ist deine Garantie? Ach, Geld-Zurück-Garantie. Geld-Zurück-Garantie. Und ich glaube, bisher in den ganzen Jahren zwei klappen. Nein, 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 innerhalb von sieben Jahren haben wir vielleicht zehnmal Zehn-Haus- oder Wohnungsharmonisierung zurückgenommen. Von bis jetzt sind es um die 500, die wir installiert haben. Also zwei Prozent. Ach so. Und in den letzten 18 Monaten keine. Ja, weil auch die Belastungen werden immer mehr, die Menschen leiden immer mehr. Aber anscheinend hat er auch seine Produkte verbessert. Natürlich, wir arbeiten ständig daran, auch herauszufinden, woran liegt es, dass es hier oder da nicht die Lösung bringt. Und da gibt es eben, auch da werden wir immer fitter, um die Erklärung dafür zu finden und das abzustellen. Und ich möchte nochmal im letzten Teil der Sendung auf die Dinge eingehen. Wie merkt der Mensch, wenn er durch elektromagnetische Schwingungsfelder belastet ist? Wie reagiert der Körper? Schlechtes Einschlafen. Schlechter Schlaf. Bei Kindern Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Also diese Rumkraschberei, dass sie ständig da aufkriegt oder nervös sind. Ja, das ist ganz eindeutig eine Folge von Elektrosmog. Denn damit habe ich in meinem Institut zu tun. Eltern kommen mit ihren Kindern. Und das ist innerhalb von Minuten behoben, wenn ich das oder das vermittle. Ja, Gott sei Dank. Ich mache natürlich auch ein bisschen Beratung und verweise da, wo ich erkenne, was es ist, verweise ich die Leute, ich bin kein Verkäufer, kein Händler, bin auch nicht bei ihm angestellt. Ich tue auch nichts für ihn. Ich habe für ihn getestet und wir haben uns angefreundet. Das ist ja sensationell. Ich sage ja immer, wir müssen das alles zusammenführen, dass es endlich da ergeben wird. Das ist sein Ding. Er hat was Gutes erfunden, das unterstütze ich. Dadurch, dass ich es getestet habe, bin ich davon überzeugt. Diese Thematik mit dieser Wirkung. Ich habe vor kurzem irgendwo, ich weiß nicht, per Mail oder irgendwo gelesen, dass auch festgestellt wurde, dass je mehr Menschen ständig mit diesen Dingen, und jetzt gibt es ja die ganz Wilden, die ja gleich so ein Ding sich ins Ohr stecken lassen. Und so ein kleines Kästchen hier oben haben. Ja, und andere haben jetzt ihr Handy ständig am Arm statt einer Uhr. In der Uhr, ja. Ich sage, ihr habt vorhin gehört, was der Olaf erzählt hat von den Meridianen, die hier enden. Und ihr wisst, wo die alle durchlaufen. Und dann kriegen die hier den Elektrosmog mal richtig reingeballert. Überlegt euch immer so Dinge. Also ein Freund von mir sagte, ich trage gerne eine Uhr, aber nur dann, wenn es eine Automatik ist. Das Beste ist, dass die Männer immer ihr Smartphone in der Hosentasche tragen, dann brauchen die Frauen keine Verhütung mehr ausüben. Ja, auch so ein Punkt, wo wenig darüber berichtet wird, aber es gibt eine Studie in Amerika, die mit mehreren tausend jungen GIs durchgeführt wurden. Und das schon vor sieben Jahren, und die war erschreckend. 22 Prozent der jungen GIs waren schon nicht mehr zeugungsfähig, muss ich mir vorstellen. Und es gibt neueste Studien, die wir übrigens in unserem Blog, in unseren Beiträgen, neueste Beiträge, gerade vor kurzem veröffentlicht haben. Es ist bewiesen, es ist wirklich eindeutig bewiesen inzwischen und nicht mehr streitig, dass es unfurchtbar macht. Man muss abschließend dazu eins sagen, damit es jeder versteht. Handys und diese ganzen hochfrequenten, im Gigahertzbereich arbeitenden elektrischen Dinge senden Wellen aus in einer Frequenz, die biologisch wirksam ist, weil sie in den Frequenzbereich fällt, mit dem unsere Zellkommunikation stattfindet, molekulare, biologische molekulare Kommunikation stattfindet. Wir stören unser eigenes, von der Natur programmiertes System und unsere Matrix mit diesem Zeug. Und es geht gar nicht anders, als dass wir davon krank werden. Olaf, ich muss sagen, wir werden uns wahrscheinlich noch öfter treffen, weil im Vorgespräch habe ich jetzt so viele interessante Dinge von dir erfahren und Thematiken, mit denen du dich beschäftigst, die mit Sicherheit für unsere Zuschauer höchst interessant werden. Ich bedanke mich bei dir, Richard A., für den Kontakt. Du hattest mal wieder die richtige Nase und hast den richtigen Mann gefunden. Und endlich können wir vor allen Dingen nach vorne gehen und können sagen, hier, schaut mal her, das ist der Unterschied. Und diese Messmethoden, die werden ja nicht nur bei dir angewandt. Wir haben es vorhin gesagt, in vielen Kliniken, in vielen Praxen. Der Aschhoff-Test macht kein Mensch. Genau, doch, doch, Quantisana. Der Aschhoff-Test? Ja, ja, der macht es. Der Dr. Töp macht genau das mit den Dingen, wenn er irgendwas testet. Tatsächlich, wusste ich nicht. Oh, toll, endlich einer, der es kapiert hat. Wird er sich freuen, das zu hören. Und auch dort werden solche Dinge angesetzt und wir sehen immer wieder an den Ergebnissen. Wenn unser Wille dazu da ist, zum Wohle der Menschen etwas zu tun, finden wir immer einen Weg, wenn wir einfach uns daran ausrichten. Und die alle, die immer zweifeln, sage ich, Zweifel führt zu gar nichts. Warum nicht? Weil es zwei Fälle sind und weil ich mich nicht entscheiden kann, habe ich auch keine Hilfe, weder von irgendwelchen Geistwesen noch von einem anderen. Denn erst, wenn ich mich entschieden habe, dann geht die Klarheit voran. Ich sage beiden ganz herzlichen Dank. Ihr habt heute wieder unseren Zuschauern können tolle Informationen geben, womit sie jetzt was anfangen können. Und Richard, nochmal, danke, du hast jetzt so lange mit diesem Thema dich beschäftigt. Ich glaube, wir haben fünf oder sechs Sendungen insgesamt gemacht in den letzten paar Jahren. Wo es immer wieder gute Informationen gab und heute bin ich besonders glücklich, dass man das mal bestätigt kriegt, dass die Dinge eine Wirkung haben. Und wir haben natürlich gleich eins gemacht. Bei uns, die Mitarbeiter sind sehr belastet von den Dingen. Und die Menschen, die jetzt bei uns im Studio arbeiten, denen werden wir auch so ein Armband verpassen, dass sie nicht Spätfolgen haben, nur weil sie ihr Leben dafür eingesetzt haben, in einem Unternehmen zu wirken, was andere informiert über die Dinge, die sie besser wissen sollten. In diesem Sinne, liebe Zuschauer, wünsche ich Ihnen einen schönen Abend, eine gute Nacht und bis morgen. Die Sendung wurde Ihnen präsentiert von Swiss Harmony, Ihr Haus Harmonies.